ein neuer tag ein neuer booster und damit heiße ich euch wieder herzlich willkommen zu force of will die siebte macht so erst mal wieder der kartentrick und dann fangen wir heute an mit einem feuer zauberstein dann haben wir als nächstes 100 lebenspunkte und passend dazu die hand der lehre wiegel der trügerischen hoffnung der wütende ogre den wir im letzten booster als holokarte hatten lamme des vergessens dann wiege der lähmenden verzweiflung kutulu schwarm eine super rare und zwar alekto furiose furie die haben wir ja auch schon mal in holo gehabt sehr nice und eine normale in holo schwarzer regen ja dann bedanke ich mich bei euch wieder fürs zuschauen und wenn ihr wollt sehen wir uns in der nächsten folge wieder bis dahin ciao Bis zum nächsten Mal.